Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie die bestehende Moneo HTDP-Verbindung um die sichere HTTPS-Anbindung erweitern können. Für den sicheren Zugriff auf Moneo ist es notwendig, dass ein Webserver-Authentifizierungszertifikat auf dem System bereitgestellt wird. Anschließend passen wir die Moneo-Konfiguration für den sicheren Zugriff an. Um das Zertifikat auf dem Server zu importieren, wählen Sie bitte die bereitgestellte Datei im Windows Explorer aus, öffnen bitte das Kontextmenü und starten Sie den Installationsassistenten über die Option PFX installieren. Der Zertifikats-Impost-Assistent führt uns nun durch den Bereitstellungsprozess. Im ersten Dialog stellen Sie bitte den Speicherort auf Lokalo Computer. Dies ist erforderlich, damit der Moneo-Dienst das Zertifikat verwenden kann. Im nächsten Dialog werden Sie gebeten, den Speicherort der Zertifikatsdatei anzugeben. Da wir dies bereits im Windows Explorer getan haben, springen Sie bitte mit weiter in den nächsten Dialog. Zertifikatsdateien mit einem privaten Schlüssel sind standardmäßig mit einem Passwort geschützt. Tragen Sie bitte im Feld Kennwort das Passwort des Zertifikats ein. Belassen Sie alle weiteren Optionen auf dem Standard. Bei der Auswahl des Zertifikatspeichers muss der Speicherort festgelegt werden. Wählen Sie bitte die Option Alle Zertifikate im folgenden Speicher speichern aus und übernehmen Sie bei Durchsuchen den Ordner eigener Zertifikate. Nach Bestätigung der Auswahl und Beendigung des Dialog wird mit weiter die Zusammenfassung des Assistenten angezeigt. Diesen beenden Sie bitte mit einem Klick auf Fertigstellen. Nun sollte ein Dialog den erfolgreichen Import des Import quittieren. Dies kann über OK geschlossen werden. Damit der Server dem Zertifikat vertrauen kann, muss das Zertifikat der Vertrauensstelle in den Speicher der vertrauenswürdigen Stammzertifikatstellen importiert werden. Hierzu öffnen Sie bitte die Microsoft Management Konsole über das Ausführenmenü der Taskleiste über den Befehl MNC. In der MNMMC öffnen Sie bitte den Dialog Snap-in hinzufügen aus dem Dateimenü. Als Snap-in wählen Sie bitte Zertifikate über hinzufügen aus. Bei der Auswahl der Verwaltung wählen Sie bitte Computerkonto und bestätigen Sie dies über Weiter. Als Ziel verbleibt die Auswahl auf lokaler Computer. Der Dialog wird dann über Fertigstellen geschlossen. Das Fenster Snap-in hinzufügen kann ebenfalls über OK geschlossen werden. Unterhalb des Konsolenstamms werden die Zertifikate des lokalen Computers angezeigt. Hier erweitern Sie bitte den Pfad Zertifikate und vertrauenswürdige Stammzertifizierung stellen und öffnen Importieren aus dem Kontextmenü alle Aufgaben aus. Hier erscheint nun wieder der Zertifikat Importassistent. Da der Speicherort schon vorausgewählt wurde, können wir den Import direkt über Weiter starten. Im Fenster für die Dateiauswahl suchen Sie über durch Suchen die entsprechende Datei aus und öffnen diese. Durch unsere Vorauswahl des Speicherorts müssen wir hier nichts verändern und können den Import nach Überprüfen der Übersicht mit Fertigstellen abschließen. Nun sollte ein Dialog den erfolgreichen Import quittieren, dieser kann über OK geschlossen werden. Der Import aller erforderlichen Zertifikate ist nun beendet und die MNC kann ohne Speichern geschlossen werden. Wie eingangs beschrieben, müssen wir nun die Moneo-Konfiguration für den sicheren Zugriff anpassen. Die Verbindungskonfiguration wird über die JSON-Datei appsettings.machine im Unterordner OS des Moneo-Installationsordners durchgeführt. Diesen öffnen Sie bitte mit einem beliebigen Texteditor. Ich verwende hierzu Notepad++. Die erforderlichen Konfigurationsparameter finden Sie in der Handlungsempfehlung auf unserer Moneo-Webseite. Ich habe die erforderlichen Parameter schon vorbereitet und kopiere diese in die äußere Klammer der Konfigurationsdatei. Wichtig ist, dass das Komma zu Beginn mit eingefügt wird. Die individuellen Punkte für Ihren Server entnehmen Sie bitte der Handlungsempfehlung. Damit die Anpassung der Konfiguration wirksam wird, muss der Moneo OS-Dienst neu gestartet werden. Für den Zugriff auf die Systemdienste öffnen Sie bitte die Option Dienste aus den Windows-Verwaltungsprogrammen des Startmenüs. In der Übersicht suchen Sie den Moneo OS-Dienst und starten diesen neu. Wenn auf dem Server-System die Firewall aktiv ist, muss hier zusätzlich der eingehende Datenverkehr auf Port 5001 zugelassen werden. Nachdem der Dienst neu gestartet ist, ist Moneo über Port 5001 mit TLS-Verschlüsselung über den Servernamen erreichbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.